Ich hau dir gleich an in die Schlauze. Was? Ich hau dir gleich. Außerdem beweist er, dass er auch den Schleichgang rausnehmen kann. Leider löst er dadurch wieder die Alarmanlage aus. Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Ich will nicht mehr auf. Milcha, warum? Ich weiß nicht. Warum? Kevin, ich weiß nicht. Kannst du nicht da langlaufen? Hab ich. Immer den Weg freimachen für die, die arbeiten. Wir geben richtig Gas jetzt. Das läuft. Super. Dann bis in einer Stunde. Also ich gebe Gas. Michael übernimmt sogar Führungsaufgaben. Wenn du eine Pause brauchst, mach eine. Vielen Dank.